Wir befinden uns hier heute auf dem Dach der Firma Floristikglocke in Porta Westfalica. Im Hintergrund sehen Sie unsere Photovoltaikanlage der Firma Wirt Solar. Diese Anlage hat eine Gesamtanlagengröße von 38,4 Kilowatt Peak und besteht aus 608 Wirt-CIS Solarmodulen. An diesem Modul können Sie die hervorragenden Vorteile dieser Modultechnologie erkennen. Es handelt sich um ein Glas-Glas-Modul mit sehr hoher Beständigkeit und Langlebigkeit. Auch der auf der Rückseite zu sehende Elektroanschluss ist äußerst robust und gegen Wind und Wetter tauglich. Die unverwüstliche Anschlussdose dieses Moduls ist gegen Wassereindringen durch vulkanisierte Anschlüsse gesichert. Hier befinden wir uns in der Schaltzentrale der Photovoltaikanlage. Neben mir sehen Sie den Wechselrichter, der die erzeugte Sonnenenergie in Drehstrom umwandelt. Über unseren Datenlogger StarCheck Online können wir die Anlagendaten überwachen. Hier sehen Sie auf unserem Bildschirm die Ertragsdaten und den Sonnenverlauf vom 20. Juli 2010. In dem Feld Ergebnisübersicht finden Sie die gesamte erzeugte Energie der Photovoltaikanlage, sowie den Ertrag in Euro und natürlich auch die vorhergehenden Ergebnisse. In der Monatsdarstellung können die gesamten Erträge eines Monats ersehen werden, sollte es zu Ausfällen kommen und Störungen an der Photovoltaikanlage, werden über E-Mail-Systeme diese Meldungen sofort weitergegeben. In unserem Sonnen-ABC haben wir alle wichtigen Merkmale und Informationen zusammengefasst. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bei uns und Sie bekommen eines sofort. ! ! ! ! Untertitelung. BR 2018